ja hallo willkommen zurück hier bei der hunter call of the wild wir sind wieder zurück im wald nicht wundern wenn ihr im hintergrund geräusche hört aber ich habe jetzt wenn es offen was so warm ist so machen wir fortsetzen als das letzte mal haben wir ja schon etwas geschafft und zwar haben wir ein tier erwischt oder mal genau da steht es da unten 122 erlebt erlege zwei dammhirsche genau also wir müssen eins noch erwischen das heißt wir müssen jetzt wieder zu den maisfeldern hin noch mal so am besten ja noch mal genau hier auch gleich mal ein bisschen schneller also wir müssen noch ein 1 noch erledigen dann haben wir das auch geschafft und dann kommt der nächste missions abschnitt und ich habe auch gute neuigkeiten mein neuer schreibtisch ist da dann muss ich nur aufbauen das heißt in ein zwei wochen werden dann videos kommen mit einem verbesserten ton weil ich dann da ein anderes mikro ob also könnt ihr euch schon mal darauf freuen laufen wir mal zu diesen maisfeldern weil da müssen wir ja bekanntlich hin so was haben wir hier schönes am hirsch aber die falsche gegend hier da vorne hallo na los erwischt gleich am anfang ich werde verrückt also wir haben es erwischt weil es in die knie gegangen es war schön zu sehen ok jetzt kommen wir mal es war hier oder wo ist es hin naja hier genau das ist doch ok dürfte eigentlich nicht weit liegen weil ich das gut erwischt habe da wo ist es das ist aber auch nicht wieder richtig glück gleich am anfang schon gleich am anfang was erwischen aber auch nicht oft da liegt es doch ok ok dann gehen wir dann gehen wir jetzt wieder zu diesem weg hin laufen wir mal weiter es war ja schon mal ein großer erfolg jetzt ich habe schon wieder Schluckaufweh jetzt kann ich sagen ich werde mich aufnehmen zu viel gegessen da ist wieder ein Reh aber das ist jetzt mal wir haben jetzt eins ich gucke mal ob wir irgendwas freischalten können äh nö wie viel geld haben wir eigentlich 1100 ok jetzt werden wir es erstmal sparen ich möchte auch mal was neues kaufen und so ein Zeug jetzt laufen wir erstmal hin zu den maisfeldern warte mal kann ich da auch schnell hin vorlaufen ne na gut so weit ist es ja nicht 15 30 17 uhr ok kann man schaffen zwei stunden jetzt ist 15 uhr 21 könnte man noch schaffen ich höre mal schreie hier also in der letzten folge haben wir das ja gut geschafft mit dem dammhirsch was ist denn los jetzt mal wo warte mal wir können ja mal kurz dritten so Steht das da irgendwo? Ich sehe nämlich keinen. Hm. Der Schrei kam ja von da. Ich will euch nicht zu lange aufhalten, dass wir noch weiterkommen. Ne, da ist nix. Okay. Wir laufen weiter. Das hat sich gerade so angesehen, als wenn da vorne am Weg was steht, aber das war der Schotten. Vom Baum. Da seht ihr das? Da? So, dann laufen wir mal am Weg entlang. Wo müssen wir entlang? Äh, okay. Nächste müssen wir rein. Hier diesen Weg da rein. Genau. Diesen klitzekleinen Weg hinein. Hm. Da. Kann man ja durch den Wald laufen. Vielleicht erwischen wir ja noch mal was auf dem Weg dahin. Hier ist wieder irgendein. Ah ne, das hat man schon, oder? Hat man das schon? Oh, hinzugefügt. Das hat man doch schon mal. Oh, 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 oh. Warnruf. Wer wurde denn? Ich geh mal hier ins Gebüsch rein. Hinterziehe mich nicht. So. Wo? Wo? Wo ist er? Ich hab hier irgendwas da hinten gehört. Ich geh mal weiterlaufen. Ich geh mal weiterlaufen. Nee, da ist nix. Okay, lauf mal weiter. Na, da, 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 da vorne. Oh, sogar mit Geweih. Warte mal. Ähm. Warte. Jetzt kommt ein Reh auch noch. Ich werd verrückt. Es kommt gar nix. Tausend Stunden lang. Und dann. Äh. Ne? Kommt da alle. Daher grennt. Wo ich war sollen. Hier war da auch ein Reh, oder? Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hin soll. Ist der noch da? Nee. Ist der eigentlich schon abgehauen. Wo, 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 wo. Ohohohoho. Alter. Da ist ja gleich. Ganze Parade hier. Oha, Blutungsgrad hoch. Alter Falter. Oh. Okay. Oha, Blutungsgrad hoch. Alter Falter. okay das überschreiben sagt okay aber klar wieder bonus so das zweite tier schon erwischt innerhalb von einer folge neue ausrüstung das ist doch jetzt premiere oder das hatte ich noch nie gemacht was ist hier los tränken gebiet fürs ok deswegen sind da waren da die haufen fischer deswegen na ja warum nicht jetzt gehen wir trotzdem zu den maisfeldern vielleicht schaffen hat das ja auch noch der nächste kann ich sein dahin steht dammhirschen hey ich muss hinterher es ist denn los auf einmal der wahnsinn ich jetzt wasser fliegen es ist man nur noch dahin kommen zu den maisfeldern dann halleluja da vorne wieder das sind die dammhirschen ich habe bekloppt was ist denn heute los also so viel habe ich auch noch nicht erwischt auf einen schlag ja gut aber es hilft ja nichts ich muss ja hier zu den feldern hin weil sonst zählt es nicht aber das sind ja gleich jetzt regnet es wieder mal klar aber wir können uns erwischen dort ich glaube die laufen jetzt alles dorthin das wäre natürlich der oberhammer was denn was denn was denn wie der greift mich jetzt hier an oder so was ist da unten was denn okay habe mir das auch entdeckt wir holen jetzt mal ab nicht dass der uns hier angreift so was war das da 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 unten da unten ist wieder was am hirsch jawohl hä die standen doch gerade da sind die hin weiter erschreckt mich nicht wahnruf ja ich möchte jetzt erst mal nicht gegen den baum laufen ich will zu den feldern vielleicht haben wir ja wieder glück und erwischen dort was sag mal hoho hoho es war hier gerade das wird nichts okay muss dann nach links stopp 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 da 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 schnell noch eins erwischt kalt gibt es doch gar nicht was ist denn heute los peters heim okay schauen wir mal dass wir das hier haben okay hier rein müssen wir oder was war doch hier oder habe ich das erwischt oder nicht keine ahnung ich habe keine ahnung ob ich was erwischt habe da stand es doch wieder ich komme irgendwie vom weg ab soll aber auf dem weg bleiben ich bin jetzt schon mal richtig schon mal gut ja da würde ich mal sagen machen wir in der nächsten folge weiter das schafft man jetzt hier nicht mehr aber in der nächsten folge werden wir es bestimmt schaffen mit der mission das war das jetzt okay dann bis zum nächsten mal tschüss